Leute, wie krass ist das hier? Das ist einer der spektakulärsten Orte an dem ich jemals war. Was ist das? Wir haben auch mal geile Moves. Ja, ich bin fast erwachsen. Komm zu dir! Ganz casual Eistärke so hart wie mein Schwanz. 6 Meter. Was ist das? Genug Crystal Mesh für Volker Beck. Uff! Das kommt noch gar nicht. Tun Chan Chan Moon! Ich komm zero klar wie geil das einfach ist. Sorry! Ohohohoho! Schmusch! Leute, ich komm gar nicht klar wie krass das einfach ist. Wir sind einfach irgendwo unter... What the fuck, Alter. Gästebuch. Wir sind einfach irgendwie unter der Erde in so'n Gletscher drin. Es ist geisteskrank, man. Krasser Scheiß. Österreich. Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Zu. Nice. Schön, gell? So schön. Atemberaubend. Ich glaube sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja wirklich? Ja. Wartest du da oben auch bei der Hütte? Ja. Leute, da oben ist die Dachsteinwarte. Ich mach mal den Bildschirm eingeklappt, weil ich mich sonst eh auf die Klasse lege. Nein, nein. Der fahrt oben. Oder? Obe. Ah, hier. Man muss sich nur zu helfen wissen. Stein. Stein. Nein. Recording. Hier. Da sind die rechts runtergegangen. Hier sind Treppen. Arme Nock. Wir sind da den Schnee runtergelaufen. Oh, ey Leute. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer reden kann natürlich auch. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht 100% sicher, ob das die beste Location für ein Sommervideo war. Aber ich hatte sehr viel Spaß. Auf jeden Fall. We will see, we will see. Schöner Kaffee. Mit Ausblick. Best Friend. Hey Bro, komm an. What's up? Ich kann schon noch Backflip machen. Das war eigentlich ein Joke. Auf geht's. Zugang Talfahrt. Ich hab grad so die ärgsten Influencer gesehen hier. Mit kurzen Sachen sind die hoch. Ganz ehrlich Leute. Ihr müsst auch mal ein bisschen nachdenken, was ihr macht. Ey, ihr fahrt doch nicht auf den Berg mit kurzen Sachen nur. Ihr jockelt's. Ich bin von Bungies. Ich bin von Bungies. Es gibt noch eine schöne Zeit. Ich bin bei den Sinten und ich bin von Bungies. Ja. Ja. Ich bin von Bungies. Ja. 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 Ich bin von Bungie. Let's go, let's go, let's go! Uff, we've arrived at the Riesach waterfall, or the park of Riesach waterfall, now we have to go a little bit. Man sieht schon den Bach, wir sind einfach in so einem Tal, Digga, was ist los bei dir? Geht ihr denn da von alleine zu? Ja. Ja? Ah, nice. Technik haben die neuen Autos alle, das glaube ich schon gar nicht. Da sieht man schon ein bisschen was. Was ist das für ein krasser Tag? Einfach auch noch ein Wasserfall. Uff, ich komme gar nicht klar, was gibt es hier einfach alles? Wenn man denkt, der Wasserfall war schon brutal, dann rausfindet, das war nur der kleine von beiden. Und sich dann auf dem Weg zum großen macht. Uff! 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 Wie sick sieht das aus, Leute. Und jetzt? Seht ihr es da oben, kann man es sehen? Wir wollen wissen, wie man auf diese Brücke da kommt. Das wird ein Drahtseilag, aber wir schaffen das schon. Shoutout an Schlosserei Reiter. Ja, diese Brücke ist brutal gut, sie ist stabil und fest und es ist einfach so nice man. Ich meine, zieht euch das rein. Sie wackelt zwar schon, aber es ist halt auch so eine Wackelbrücke. Aber man ist ja einfach... WTF? What the fuck? Wie tief geht es einfach runter? Ich komme gar nicht auf diese Natur hier klar. Zero. Oh, heißpider. Wenn ihr euch fragt, warum Influencer trotzdem in Form sein können. Hier. Du kannst überall Workout machen. Entschuldigung, gibt es nichts mehr heutzutage. Hier. Ja, das ist so eine geile Übung, ne? Geh mal, weil ich habe Hunger auf Abendessen. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Bisschen Speis. Und trank. Leute, ich habe mich schon wieder kurz umgezogen, kurz ein bisschen entspannt den Anzug rausgekramt, weil es geht nach Heilstadt. Ich habe gehört, das ist so der Hotspot für die Touristen, für die Reichen und Schönen. Das bin ja genau ich mit meinem Anzug heute. Mal schauen, was da so abgeht. Ich bin richtig gespannt. Angekommen in Heilstadt, Leute. Wir sind ein bisschen später dran als gestern am Morgen. Und man merkt, Heilstadt ist schon Touristen-Hotspot. Es ist langsam echt viel los. Wir haben eigentlich außerhalb von Heilstadt parken müssen. Was für uns jetzt nicht unbedingt so das Ding ist, aber für euch Lauffaulen da draußen, da würde ich mal sagen, kommt sehr früh nach Heilstadt, wenn ihr es euch anschauen wollt. Ich bin gespannt, wie es ausschaut, weil es ist ja das Reiseziel der chinesischen Reisegruppen in Österreich nach Wien. Deswegen bin ich total gespannt, wie der kleine Ort sich hier auf meiner Bucketlist macht. Oh, Leute. Heilstadt ist zu krass. Also eigentlich außerhalb von Hallstatt. So ein bisschen. Es ist zu krass. Sieht so nice einfach aus. Es bringt so Bock hier abzuhängen. Aber wir machen uns jetzt gleich auf dem Heimweg, weil das Video muss morgen abgegeben werden. Leute, das war's. Ein brutals krasses Wochenende. Wir verlassen jetzt Hallstatt. Eigentlich hatten wir überlegt noch zu einem See zu fahren, aber wir haben so viel Content gemacht und sind schon spät dran. Morgen ist Abgabe, dass wir den ein anderes Mal, denke ich, noch machen. Beziehungsweise es gibt so viele krasse Seen in Österreich. Ich werde mir definitiv noch ein paar andere anschauen. Und jetzt, was soll ich sagen, jetzt hoffe ich euch, hat dieser Vlog gefallen, euch hat das Video gefallen. Dann supportet den Werbeclip. Und abonniert den Kanal, weil es kommt jetzt noch mehr. Wie gesagt, es kommt jetzt jede Woche was. Es geht das nächste Mal nach... Let me check. Ah, Griechenland. Es geht nach Kreta. Eigentlich in vier Tagen. Uff, scheiße, Mann. Entschuldigung, Mann.